Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Walking Dead. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir Mr. Green in der Scheune helfen können. Und ja, ich bin schon auf dem Weg in die Scheune. Du hast so schönes Haar. Es kriegt so viele Tangles. So. Ich möchte mich bestätigen. Kleine Tangles. So, gucken wir mal, was wir hier tun können, ne? Der guckt aber unglücklich. Wie warst du aus, Atlanta? Ich habe einen Rennen und dann war ich in einem Wreck. Ich warst bis dein Junge auf mich. Hm. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Ha. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to? Yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? No wife. Not anymore. I think she's up in Virginia, maybe. Sorry to hear it. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? I was being attacked, and she came to my rescue. Hm. Can I give you a piece of advice? Sure. I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're going to have to depend on the honesty of strangers, if you're going to make it. And if those same people get to questioning yours, you're going to be in trouble. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. Oh oh. Go! I'll get my gun! Ach du Scheiße. Oh Gott, das hört sich gut an. Wem helfen wir zuerst? Dem Jungen. Don't let us take me! Und jetzt? Der ist ja... Oh, ich glaub, das war's. Jo, lecker. Ich glaub, der wird gleich wieder aufstehen. Ach, Mann. Ich bin sorry. Sorry? Your son ist alive. You don't get to be sorry. And you, you didn't even try to help. I'm sorry. Look at him. Sorry is no damn good. Ich schweige sie sich an. Ja, wir wollen. Na, da sieht sie auch heiß aus. Sieht so aus, als würde es dunkel werden. Kommen gleich die Tommies. Na, der Speiskarte. Ich glaube, jetzt würde ich mal die Beine in die Hand nehmen. Wir haben Party vor der Tür. Sieht so aus. Sieht so aus. Ich glaube, dass es nicht zu übersehen, was da vor sich geht. Sieht so aus. No. Sieht so aus. 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 Wir müssen uns jetzt an. Ich habe den Boden. Wir schrauben uns ein. Nein! Ich versuche ihn, keine Beine. Er ist gut. Nicht die Leute verstehen das? Wir haben bereits gesehen, das zu passieren. Wir lassen jemanden mit dem Bites stehen und wir alle enden bitteln. Shut up! Wir müssen ihn rausziehen, oder smash seinen Kopf in. Kenny, stop ihn! Hey, was machen wir mit diesem Mann? Dad, es ist nur ein Mann. Lilly, ich werde das machen. Aber dein Herz, Dad. Du musst dich schlafen. Wir sind mit ihm. Mit dem blöden Ende von einem Handel, vielleicht. Niemand schlägt meinen Mann. Alle, schlafen die fucken! Niemand macht nichts. Shut up, Lilly. Und du, shut the fuck up. Sie werden uns finden, und sie werden in hier kommen. Und nichts von diesem will fucking matter. Aber jetzt, wir werden uns in hier verletzt mit einer dieser Dinge. Was sagst du? Er ist schlafen! Das ist wie du schlafen! Er ist nicht schlafen. Bitte stopt das. Es ist ihn schlafen. Er ist 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 schlafen. Dad, wir verstehen. Es ist ein großes Problem. Es ist Larry, oder? Mann, das ist sein Vater. Schau mal, dummarsch. Ich habe eine Frau in hier. Du hast eine Frau in hier. Du hast eine Frau in hier. Wir haben alle Leute in hier. Wir haben alle Leute in hier. Wir können das herausfinden, ohne jemanden zu töten. Es ist eine andere Art. Ja, mit einem Schlafen. Ich werde ihn töten, Kat. Es ist nur über Duck. Lee! Ja? Es gibt jemanden in hier. Es ist schlafen. Es ist schlafen. Es ist schlafen hinter dem Schlafen. Wahrscheinlich. Hey! Ich bin nicht der Schlafen hier. Ich bin nur nach meiner Frau. Nein. Du bist nur der Schlafen für eine Frau. Er ist schlafen in Schlafen. Sie finden die Beste. Sie werden. Sie werden nicht. Sie werden. Und wenn sie so... Sie werden... Sie werden erst, was er die Beste in seine Frau. Sie werden. Wenn sie tot. Sie wird tot. Sie werden an deine Frau. Es ist ein kleiner Mann. Ich denke, wir können das. Es ist ein kleiner Mann. Es ist ein kleiner Mann. Es wird nicht passieren. Es wird passieren. Es wird passieren. Und wir werden ihn zusammen. Jetzt. Oh Gott. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ja. Ja, ja, ja. Oh nein. Ich konnte sie nicht retten. Ich bin nicht mehr hochgekommen. Ach, Mann. Tut mir leid, Clementine. Ja, dein Herz. Verreckt, du Arsch. Was ist mit ihm? Es ist sein Herz. Meine Pils. Nitroglycerin Pils? Ja, wir sind weg. Wir haben versucht, in die Pfarmacke, seitdem wir hierher kommen. Hier. Please try to get in there. Behind the counter, where the pills are. Das ist wahrscheinlich eine andere Entrance. Vielleicht durch die Arbeit. Wie wissen Sie, das ist eine Arbeit? Educated Gas. Es geht nicht. Wir brauchen Nitroglycerin Pils. Bitte in da. Ich habe einen Blick auf mein Vater. Ich habe einen Blick auf die Pfarmacke. Ich habe einen Blick auf die Pfarmacke. Wir können hier ein paar Jahre lang sein. Ich glaube, dass diese Pfarmacke nicht eine Permanente Lösung ist. Du bist richtig. Das ist nicht genau Fort Knox. Was sagst du? Wir brauchen so viel Gas wie möglich, damit wir alle rauskommen aus der Makan. Fast. Absolut. Dann gehe ich raus und holen Gas. Es gibt ein Motel, nicht zu weit von hier, nach dem Ende der Peachstree. Ich arbeite meine Weg nach dem Weg und dann zurück, nachdem ich was ich kann. Du kennst dich um die Richtung? Local? Bist und geöffnet. Wenn du das machst, hier ist ein Walkie-Talkie, wenn du in einen kleinen Ort bist. Hoffentlich, du nicht brauchst. Cool. Clementine hat die andere. Check in mit ihr und zurückkommen hier schnell wie du kannst. Und du? Was ist dein Name? Es ist Lily. Mein Vater ist Larry. Keep a good eye on him. Keep a good eye on him. And his boys are working, I'm getting you your medicine. That's right. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work though. Here. Let me have a look. Oh. Doug with a Macedon. Ken, I do... Ja. No. I can try to find some. Needs two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Don't find some. So geht alles fort. Oh, klem dort. Hier. Ach Mist, das wollte ich gar nicht klicken. Naja egal. Gute Idee. So, ähm... Are you okay? What? Yeah, yeah, I'm fine. I just, äh... I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is... Good. Despite the circumstances. Yep. Let me know if you need anything. Okay. Schräges Gespräch. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir was für Kleinmetall liegen. Ähm... Geht's hier nicht weiter? Schein. Guck. Egal. Da liegt was. Energy. So. Kann ich nicht verändern. Schein. Guck mal, da liegt was. Da lag was. Was hat denn der da jetzt eingesteckt? Genau, ich hab mich um Kleinmetall gekümmert, das ist doch mein Job. So. Wir müssen auch irgendwo Batterien liegen. So. Wir müssen auch irgendwo Batterien liegen. Nein. Doofen Ente. Wie kann man es denn so Ducky nennen? Duck. Schrecklich. Ah, guck mal. Da liegt was. Da liegt eine Energieriegel. Oh. Kann doch nicht sein, hier müssen wir irgendeine Batterien liegen. Da waren wir schon. Da gibt's eine kleine. Und hier geht's nicht weiter. Okay. Da vielleicht irgendeine Batterien. Ach, guck mal. Da kann ich mit der Tussi reden. Da geb ich auch. Okay. Ja, der Lee kann auch nett sein. So. Ach, war da was? Vielleicht... Du musst doch irgendwo... Da. Sind das die Batterien? Ja. Das waren die Batterien. Sehr gut. Jetzt können wir das Radio einschalten. Dann schauen wir mal. Oh, sollte man mit dem Typen hier quatschen? Nein. Genau. Gute Idee. Ja, ihr Lieben. Es ist spannend. Es bleibt spannend. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.